So Freunde, im letzten Part habe ich Gubbel, Gubbel, Gubbel getötet hier. Gubbel, Gubbel, das ist Lübe aus Asterix immer, ja. Gubbel, Gubbel, das war doch hier, wenn sie hier in Truta angefangen haben, ne, in irgendeinem Film. Ich weiß jetzt nicht mal, welcher das war. Vielleicht könnt ihr das mir in die Comments posten, das würde mich jetzt mal interessieren. Ach, Asterix muss ich immer wieder gucken. Aber egal, erstmal zur Welt. 4, 5, mal kicken, was das für ein gedönstes. Ja, Rock'n'Roll, 4, 5. 4, 5, scheiß Denglish. So, das sieht doch schon wieder so verdächtig aus. Das sieht halt immer verdächtig aus. Das ist immer erstmal nach links los. Das ist die beste Idee, die man noch haben kann. Ach, ja, hier kann man auch viel falsch machen. Ja, mhm. Das ging schnell in die Hose. Denn macht er ne Pose. Weil er sich einen abfeiert. Und voll in die Eier schmeiß ich ihm diesen bekackten Stein. Halt, halt. Halt, stopp. Irgendwas wichtig war jetzt hier. Irgendwas wichtig war hier, weil ich weiß nicht mehr erwartet war. Das ist ja ne Dumme. Irgendwas konnte man in dieser Welt hier falsch machen. Aber ich weiß nicht mehr erwartet war. Das ist das Problem gerade. Ein ziemlich großes Problem, wenn ich das mal so anmerken darf. Irgendwo hier konnte man was ziemlich falsch machen. Aber wo war denn das? Ich habe man beim Durchlaufen verpasst. Beim Durchlauf, erhitzer. Hm. Ich weiß das echt nicht mehr. Wow, das war jetzt aber ziemlich riskant, was ich gerade gemacht habe. Aber egal. Äh, das hier einstampfen. Ja, kann man endlich... Obwohl... Ach, nein. Das bringt sowieso nichts. Keine, wir machen das kein Ding. So, Stonehenge ist immer noch hier. Muss ich hier runter? Da komme ich da nie wieder hoch. Komme ich da wieder hoch? Muss ich mal gucken. Ich mache mir da Musik halt. Safe State. Nee. Was ist so? Nee, ich gucke nie wieder hoch. Gut. Wir haben das schon mal erklärt. Und ich muss sagen, ich glaube, ich muss hier unten durch. Weil ich steigen kriegt da eh nie wieder hoch. Also ist das eigentlich egal. Aber irgendwo war hier was? Das weiß ich. Ich weiß es. Ich weiß es, weil ich es weiß. Und hier hat man bestimmt noch irgendwo eine rote Münze. Nee, doch nee. Hat wäre jetzt noch die Krönung gewesen. Zack und bam. Ach, hier. Der Stein kann nur aktivieren. Und. Sternis. Geil, Mann. So, eigentlich schon 18. Und Sternkreis noch ein bisschen was dazu. Und damit gehe ich schon durch. Vielleicht. Also wäre man eben auch... Wo, Hilfe. Dass ich mal wieder 2 Level in dem Part schaffe. Das wäre ja nicht schlecht, ne. So, jetzt wird erstmal aufgeräumt hier. Knacks und Fatz. Und bam. Und tschüssi. Und heppa und Fatz. Gibt aber nichts. Gibt etwa hier irgendwas. Ich gehe da jetzt erstmal runter. Aber ich glaube, hier kann ich auch hochspringen. Das hat kein Ding. Genau da oben. Das konnte man ernst leicht falsch machen. Da gab es nämlich irgendeinen Tücke. Ich glaube, da musste ich den Stein für benutzen, sonst wäre ich dann hier hochgekommen. Oder, warte mal. Ich habe da jetzt auch eine Idee. Sekunde. Oder, Sekunde. Oh, Hilfe. Hilfe. Wo ist das denn? Den muss ich benutzen. Äh, ba. Yes. Da wollte ich den Stein gar nicht gerade für. Haha. Dankeschön. Jetzt musst du hier fressen. Als Belohnung. So, Nick. Glaube. Jetzt musste man aufpassen. Weil jetzt musste ich so machen. Ja, genau. Dann konnte man den Stein runterrollen, ohne dass er da nie in die Ritzerin fällt. Das ist nämlich ein Ritzenfaller. Jetzt muss ich aufpassen. Halt. Sekunde. Halt. Stopp. Wie mal diese Insider war. Ist doch, ach, ätzend. Ich glaube, das ging mir nur so, ne? Musst jetzt hier nicht durchrasseln. Mit dem hier rasseln, hier, ne? Jut, das war das nicht. Hier war da noch irgendeine Tücke. Das ist doch, das war doch nicht alles. Das sollen mir keiner erzählen. Also, Steine immer vorsichtig rollen, weil Stein, wisst du, dann ist er mal weg und so. Schon hat man die Arschkarte. Uuuh, ich glaube, hier sollte man sich bewusst beeilen. Uuuh, Hilfe, alle, das wird weggesprengt. Hilfe, uuuh, duuuh. Aber den nehm ich mit. Oh, drei rote Münzen gerade mal. Das ist denn das für ein Scherz. Ich glaube, ich bin schon wieder was verpasst, Alter. Aber nicht hier unten. Oshibyoshi, los. Kwi-chü. Zack. So, hier noch einen Stern hier abgegriffen. Ey, halt nicht so schnell, Mann. Der Kunde, Mann. Sei doch mal nicht so steinig schnell hier. Du wirst gleich gesteinigt. Hahaha. Gott, war der schlecht. Aber gut, Back to Topic. Steinrollen. Ganz vorsichtig hier, ne? Geht schnell ins Höschen. Na, war halt schon wieder. Ey, ich verwechsel das Level bestimmt schon miteinander. Uuuh, Dorf, Fail. Dabei hatte ich doch meine 30 schon zusammen. Halt, genau, hier war das. Nein, 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 nein. Nein, du bist doch ein Arsch, Alter. Warst du doch ein Arsch offen? Ohne Witz. Warst du ein Arsch offen? Halt, halt, stopp. Ah ja. Ich kenne aber auch irgendwie jeder, oder? Muss man ehrlich sagen. Jeder von euch kennt doch diesen Insider, oder? So, hier noch ein paar. Ach, die ersten roten. Ich habe sechs rote Münster und drei Blumen. Was ist das, Freunde? So, aber da links war doch auch immer was, ne? Der ist ja noch. Ne, da ist nischt wolkenmäßig, oder so. Ne, dann schieben wir mal. Langsam vorwärts. Ganz behutsam und chillig. Ach, da ist ja, da ist ja entweder, kann ja nichts passieren. Genau, hier war das. Ich musste jetzt... Genau, hier war das. Ja, genau, hier war das. Ach ja, hier konnte man so schnell was falsch machen. Wenn man da einfach zu eilig rangeht. So, jetzt erstmal das machen hier, das ist ganz wichtig. Ach, Kacke, da nehme ich Sprung. So, jetzt muss ich die mir alle auf ihr in die Höhe kriegen. Mit den Blöcken, die da entstehen, ist natürlich klar. Sieht man eigentlich auch relativ leicht. Aber man kann sich auch schnell verhaspeln, wenn man zu schnell Schalter drückt. Ach, halte, da muss ich noch eine Stampfattacke. Und, ne, ihr kennt es doch alle. Seid doch mal ehrlich. Wenn ihr jetzt nicht hier so kommt, ne, Schalter. Oh, geil. Schalter, Ruffe, jumpt und dann wird es schon losgegangen. Und ich habe jetzt mich gar nicht vorbereitet. Verdammt, schieb, Yoshi, schneller. Jetzt kannst du mal dich beeilen. So, jetzt kommt er wirklich nur mit dem Stein hier hoch. Zack. Und heba. Und hier gibt es, glaube ich, irgendeinen Bonus-Gedöns. Was ich machen muss, weil sonst, äh, Baum, ne, weil Baum sonst, ne. Äh, 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 äh. So ein Spaten, der mich natzen will. Fatz, knacks. Ach, hier, guck mal. Oha, doch, fuck. Du bist doch, du bist doch ein stinkend gemeiner Assi. Ich fress dir deine Eumel da weg, du Spaten. Uh, Hilfe, er schießt sie ab. Ah, ja, schieß mal. Schieß mal, scheiß mal. So, den Stein sollte man, glaube ich, auch nicht hier hinten liegen lassen. Das ist eine ganz dumme Idee. Also mal ein bisschen so tricksen, ne. Und dann schieb, Yoshi, schnell, bevor der Ding in der Umgebung wieder kommt und mich abballert. So, hier kann man natürlich jetzt noch die Bonus-Münze sammeln und hier oben nochmal nischt finden. Cool. Nischt finden ist geil, muss man immer sagen. Nischt finden ist cool. Jetzt gibt's hier auch ein paar mehr rote Münzen und das tendendiert sich langsam aus. Flapp, tschüss, Mann. Schieb doch mal, Yoshi, los jetzt. Alter, wir schieben die ganzen Steine durchs Level. Hier ist ja asozial. Zack. Halt, 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 stopp, halt, stopp, halt, stopp, danke. Da ist doch, das stinkt doch, das stinkt doch noch irgendwas hier. Das stinkt nicht noch irgendwas. Ist ja, was ist das denn hier? Musst du mich verarschen? Hä? Ach, da kommen Eierviecher. Ach so, ist ja, ist ja Pille-Palle. Oh, Berge hochrollen und da waren rote Münzen, super. Halt, stopp. Ach, guck mal. Oh, jetzt sieht's ja los hier. Halt, 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 ich will die Dinge noch nicht aktivieren. Hier kann man doch bestimmt durchjumpen, oder? Ah. Ich glaube, das war doch... Ja, genau, das war so. Muss ich überlegen, muss ich jetzt erst oben oder unten lang? Ich wiss das nämlich echt nicht mehr. Ich glaube, ich muss jetzt unten lang. Man muss den einfach bloß mal hier rufstampfen. Ein bisschen breiter muss ich's mal machen. Da muss man aber aufpassen, weil man sich da schnell verhaspelt. Ach so, warte mal, ich glaube, da muss ich... Genau, das muss ich so machen. Und schon kriegt die Münzen hier. Hahaha. Allet easy peasy. So, jetzt kann ich auch die Röhre... Uh, okay. Flup, flup. Und irgendwas mieses war da hier noch dabei. Wozu ist das Springen-Ding da oben, Jut? Ah, das war ganz tricky. Ach, Moment, wartet mal, Freunde. Ja, das war cool. Pass mal auf, und zack, und heppah. Und, 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 ja. Und da hab ich mal... Das ist doch mal geil, muss man ehrlich sagen. Hat sich immer wieder cool ausgedacht. Weil hier unten durchspringen, seht ihr, ist ziemlich unmöglich. Geht bestimmt mit ein bisschen tricksen, aber... Äh, ja. Finde ich schon cool gemacht, irgendwie. War geil. Jut, dann hab ich das jetzt auch beachtet. Ach, mein Stein ist weg. Ach, du Schiete. Jetzt ist ja... Mein Stein ist weg. Okay, die Dinger hätte ich hier eh nicht hochbekommen. Muss man ja an der Stelle immer mehr anmerken. Also ist egal, ob der Stein weg ist oder nicht. Flap, oh, Hilfe. Du musst so einen Spaten, Alter. Du musst so einen richtigen Spaten, ne? Wie sind wir nicht alles? Ne, oder? Fickt euch! Wo sind da zwei rote Münzen hin? Oh, 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 Hilfe. Nein, ich hab was verpasst. Mann, sag mal! Alter! Lasst mich! Habe ich denn zwei rote Münzen verpasst? Verdammt, nein, 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 nein. Das darf nicht passieren. Also scheiße auf zwei Sternen oder so, ja. Da kacke ich drauf. Wolle ich mir sowieso am Ende wieder. Mit Bonis. Aber irgendwo hier muss da noch was sein. Das ist doch... War denn jetzt alles umsonst? Ich bin so vorsichtig vorgegangen und dann... Oh, failkacken Mist. Ich krieg den Rappel. Toll. Irgendwas hab ich verpasst. Das ist jetzt doof. Das gefällt mir gar nicht. Ja, hier, los, peng. Headshot. Ja, geht alle kaputt, alter. Fatz. Schön. Toll. So war das nicht abgemacht. Aua, verdammt. Ach, Mist. Mist. War ich denn zwei rote Münzen verpasst? So ein Geier. Das kann doch nicht wahr sein. Denn ich krieg hier ein Rappel in dem Spiel. Ach, komm. Ihr schenkt hier. Mir fehlen sieben Punkte. Scheiß drauf. Hol ich irgendwann nach. Versprochen. Ach, aber wenigstens gibt's ein Bonusgame. Das ist ja wohl das Mindeste. Für die ganze Arbeit. Oder ja, nicht mal 100%. Das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg hier ein Rappel. Echt. Ach, erst mal zurück und einfach mal ausschalten für den Moment. Kein dumm-dum-dum-dum-dum-dum. Ach, und rubbeln darf ich mir noch mal ein. Das ist Frustrubbeln. Okay, jetzt wird's wieder mal eklig. Ja, komm hier. Irgendwas ist mir da eher... Oh, okay, guck mal. Baby Mario. Cool. Haben wir schon mal ein Leben, was ich total brauche. Aber ich bin nur 32. Ach ja, mein Kamik-Typie. Für die Preise. Wie komisch war Teil 2 Marios. Das kriegt man schon nicht so leicht. Und trotzdem kriegt man dafür nur 2 Leben. Nur für 3 erhebtet. Volle 5 Leben. Ach, komm. Äh, 10 Leben ist ja hier übertrieben, oder? Muss man mal ehrlich sagen. Ihr könnt das Problem mit 100 Leben setzen. Im Roulette wurde keinen kümmern, weil ich immer noch 30 übrig habe. Ach, das ist einfach nur bescheuert. Also da hat sich ja ein bisschen Nintendo rin geritten, ne? Ein bisschen zu viel Leben. Gut, äh. Ich würde sagen, Grishashima, wo ich da 2 Münzen verpasst habe, damit ihr das jetzt nicht miterleben müsst. Und dann werde ich hier im nächsten Part stehen und das Level schnell durchwaschen, die nächsten Münzen mitnehmen und dann hier mal 100% abliefern. Dann geht's auch weiter mit 4, 6. Das will ich jetzt noch fertig kriegen. Ja, das lässt mir sonst keine Ruhe. Das ist sonst gekrabbel. Ja, ihr guckt euch das jetzt auch mal an. 100, 100, 100. 93. Scheiße, Mann. Das ist doch... Ich bin da so akribisch voll gegangen und trotzdem habe ich 2 rote Münzen. Das ist doch scheiße, Mann. Ach, komm. Wobei ich mich hierin reite, Freunde. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüssikowski. Ciao.